Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Berichterstatter das Schlusswort? Ebenfalls nicht der Fall. Bevor wir zum Abstimmungsvorgang kommen, freue ich die Clubs, ob ein Sitzungsunterbrechen gewünscht wird. Das ist nicht der Fall. Dann können wir gleich zur Abstimmung gelangen. Wir gelangen nun zur Abstimmung mit dem Antrag des Landesverteidigungsausschusses, einen Bericht 379 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Wer dies tut, möge das mit der zustimmenden Form tun. Das ist die Mehrheit. Damit ist der Bericht angenommen.